FUTBOLFERBROS Servus Leute, FUTBOLFERBROS Das Ding der Hauptstadt am Start Und heute drehen wir eine Elber Challenge Mit einem Special Guest Du, was a popping brother Karol wird drehen heute nicht mit dir Ich bin gleich mit Karol Bundesliga Profi der Hertha Valentino Lazaro Schildstein Papier, wer anfangen darf Ende Schildstein 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 Köln 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 Da brauchst du nicht mal Zeitlupe für den Ball. Der fliegt so drüber. Ich wollte es jetzt besser machen als Loris. Versagt noch in die Kamera, er verkackt, da mach ich ihn nicht. Überleg, überleg! Der war zu gut. Ich habe jetzt nur zwei, die machen Whisky. Der kostet! Der kostet! Der kostet! Der kostet! K.O. Boah, das ist so geil! Kennen wir da nichts, ne? Ne, da kennen wir nichts! Wir machen so richtig zwei hart und er pisst Hendrik mit einem Fuß. Er spielt Marionette, er spielt die. Das ist der Unterschied, Freunde. Der war halt auch. Boah, Hendrik, ey! Du standst gestern schon in der Ecke. Freunde, Entfeigungsrunde! Da gibt's nichts! Da gibt's nichts! Er hat nichts gemacht! Er war auch besser als meiner! Ohhhh! Very risky! Da ist nicht so groß! Jaaa! Oh mein Gott! Was machen wir denn jetzt? Zweites Mal geht es schon. Soll ich den Kupfer machen? Wenn ich da reingehe, dann laufe ich. Es wird Zeit für Sudden Death, Freunde. Ich bin dafür schwacher Fuß, weil ich ausgeschieden bin. Schwacher Fuß oder Trickshot. Das war Penalty Schießen mit Valentino Lazzaro. Checkt sein Instagram ab. Nicht vergessen zu abonnieren. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch Spaß gemacht hat, Henrik. Das klingt toll, war mittelmäßig, aber ist okay. Wie hast du dich gefühlt bei seinem? Eintropisch. Ich kann ja nichts falsch machen heute. Vielleicht fliegt, fliegt. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao. Wäre ich dabei gewesen, hätte ich safe gewonnen.